Kalimera! Wir sind in Griechenland! Das ist so geil! Oh mein Gott, das ist hier! Und 28 Models haben die Chance, Germany's Next Topmodel 2022 zu werden. Wer gewinnen will, muss sich beweisen. Und sollte vor allem nicht beim kleinsten Gegenwind umkippen. Da ist kein richtiger Kampfgeist gerade hier, wenn ich spüre. Wenn es eben nicht so ist, wie man sich das gedacht hat, dann ist das einfach blöd. Im direkten Duell zeigt sich, wer das gewisse etwas hat und wer sich die Show stehlen lässt. Ja, Moment, ja? Alle Models sind wunderschön, alle haben eine beeindruckende Persönlichkeit, aber wie immer gilt... Nur eine kann Germany's Next Topmodel werden.